Willkommen auf dem Kanal, die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den Samsung Q80A Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Bildschirm. Direct Full Array. Dank Direct Full Array kommst du in den Genuss kräftiger Kontraste und tiefer Schwarzwerte in dunklen Szenen. Dafür sorgt eine präzise direkte LED-Hintergrundbeleuchtung, die Helligkeit und Dunkelheit in bestimmten Bereichen einer Szene anpassen kann. Quantum Prozessor 4K. Der Quantum Prozessor 4K kann mithilfe künstlicher Intelligenz AI für eine Verbesserung von Bild, Ton und Funktion sorgen. So gehen Bedienvorgänge, wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps spürbar schneller. Helligkeit, Kontrast und Sound kann der Prozessor in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt. Quantum Dot Technologie. Die Quantum Dot Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100% Farbvolumen, die bei verschiedenen Lichtverhältnissen kräftig bleiben. Nahezu ohne Farbverlust. Quantum HDR 1500. Tauche ein in eine Farbwelt voller Details und Kontraste. Quantum HDR 1500 ermöglicht ein Seherlebnis auf einem hohen HDR Level. Weiterer Blickwinkel. Dank Wide Viewing Angle erlebst du aus fast jedem Winkel eindrucksvolle, nahezu naturgetreue Farben. So kannst du auch bei seitlicher Betrachtung ein großartiges Bild genießen. Adaptive Picture. Der integrierte Lichtsensor kann das Umgebungslicht erkennen und optimiert daraufhin automatisch die Helligkeits- und Kontrasteinstellung des TVs. Egal, wie sich das Licht im Raum verändert. Statt selbst die Vorhänge zu schließen, kannst du dich also entspannen und dich auf den QLED TV verlassen. Motion Accelerator Turbo Plus. 50 Zoll Motion Accelerator. Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeit mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungsanpassung bis hin zu 120 Hertz erwartet dich ein Spielerlebnis voller flüssiger Action und kaum störende Gaming Legs und Bewegungsunschärfen. Super Ultra Wide, Game View und Game Bar. Größere und breitere Bildschirme mit einem Seitenverhältnis von 21 zu 9 bzw. 32 zu 9 erweitern dein Blickfeld und schaffen optimale Voraussetzungen für erfolgreiches Gaming. Dein Gaming Erlebnis profitiert zusätzlich von der Game Bar und ihren umfangreichen Einstellmöglichkeiten, wie der Anpassung des Bildschirmseitenverhältnisses, der Anzeige des Input-Lag, FPS, HDR, der Steuerung des kabellosen Headsets und vielem mehr. Flüssiges Gaming. FreeSync Premium Pro basiert auf FreeSync der adaptiven Sync-Technologie von AMD, deren Stärke es ist, Bild ruckeln und Screen Tearing zu reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht FreeSync Premium Pro die Darstellung von HDR-Inhalten, eine reduzierte Eingabeverzögerung und die Low Frame Rate Compensation, LFC, für ein flüssiges, actiongeladenes Gaming. Entwurf. Stilvolle Slim Fit Wandhalterung. Der TV sieht fast aus wie ein echtes Bild, das fast lückenlos an der Wand dank Slim Fit Wandhalterung hängt. Darüber hinaus kannst du dank der nahezu unsichtbaren Kabelführung deine Lieblingskunstwerke und andere Inhalte ungestört genießen. Der TV lässt sich auch vertikal im Portrait-Modus aufhängen. Konnektivität. PC-Nutzung auf dem TV-Screen. Verbinde einfach deinen kompatiblen PC, deinen Laptop oder dein Mobilgerät mit deinem TV und genieße die zusätzlichen Möglichkeiten, die sich dir bieten. Tap View. Mit einer kurzen Berührung deines TV-Bildschirms kannst du Filme oder Musik von deinem kompatiblen Smartphone auf dem TV spiegeln. Wenn du dein TV mit deinem Smartphone antippst, kann dein Fernseher die Berührung erkennen und automatisch deine Inhalte spiegeln. So kannst du unterschiedliche Inhalte deines Smartphones schnell und komfortabel auf deinem TV genießen. Das Fernsehgerät verfügt über optischen Audioausgang. So können sie den Ton von ihrem Fernseher an ihr Heimkinosystem übertragen, indem sie die beiden Geräte einfach über ein optisches Kabel miteinander verbinden. Das Modell unterstützt 5 GHz Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi und Bluetooth 5.2. Audio. Object Tracking Sound. 50 Zoll OTS Light. Erlebe mitreißenden Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann. Nach oben ausgerichtete Lautsprecher mit integriertem 2.2.2-Kanalsystem und 60 Watt Ausgangsleistung erzeugen realistischen 3D-Sound und bringen dich mitten ins Geschehen. Cue Symphony. Cue Symphony ermöglicht, dass die Lautsprecher des TVs und der Soundbar aufeinander abgestimmt gleichzeitig spielen können. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, der durch das harmonische Zusammenspiel zwischen TV und Soundbar kreiert werden kann. Space Fit Sound. Durch die selbstständige Tonkaliberung des TVs kannst du einen Sound erleben, der sich an deine individuelle Wohnumgebung anpasst. Ganz egal, ob der TV sich an der Wand oder auf einem Lowboard befindet, erwarte dich ein mitreißendes Sounderlebnis. Aktiver Sprachverstärker. Die aktive Sprachverstärkung kann störende Geräusche im Umfeld des Fernsehers erkennen und Stimmsignale im Programm unterstützen, sodass die Zuschauer Dialogen weiter folgen können. Smart TV. Premium Solar Smart Remote. Kompatible Geräte und Inhalte mit nur einer einzigen Fernbedienung steuern. Die minimalistische Form ist auf das Design des TV-Geräts abgestimmt. Einmal verbunden, können kompatible Geräte automatisch erkannt werden. Die minimalistische Fernbedienung überzeugt durch ihr Material, das aus ca. 24% recycelten Kunststoffen hergestellt wird. Smartphone-Inhalte übertragen. Mit Multiview wird dein TV-Bild in zwei Hälften geteilt, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. Multiple Voice Assistance. Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl. Big Spy oder Amazon Alexa. Jetzt sind diese Assistenten in den Samsung TV integriert, um unterhaltsames Entertainment mit modernster Bedienung zu ermöglichen. Zugängliches TV-Erlebnis. Samsung unterstützt im Bereich Fernsehen mit sogenannten assistiven Funktionen, die dabei helfen, das umfangreiche Angebot moderner Smart-TVs zu nutzen. So können auch Menschen, die unterschiedliche Seh- und Hörbeeinträchtigungen haben, ohne fremde Hilfe einen Zugang zur aktuellen Technologie finden. Kundenrezension. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Mit HDR ist das Bild bei allen Auflösungen immer anders, und zwar entweder zu dunkel oder zu hell. Gamer-Modus ist einfach schlecht. Die Ladeanzeige beim Folgen Wechsel ein und die App stürzt ab. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Bild top. Soundqualität ist für einen Fernseher komplett ausreichend. Einfache, übersichtliche, gut bedienbare Fernbedienung ohne die sonst üblichen 1000 Knöpfe und Tasten. Der Fernseher ließ sich innerhalb von 5 Minuten mittels Smartphone einrichten. Das Bild ist bei Netflix perfekt. Der TV hat einen sicheren Stand. Toll ist die Kabelführung an der Rückseite. Der dünne Rahmen und das schlanke Design machen den TV zu einem echten Hingucker. Anschlüsse wie HDMI, USB, LAN, SAT-Kabel gut zu erreichen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.